und dazu habe ich noch was für unter wasser sicht nein nicht sicht sondern ja man kann aber beides machen sicht brauche ich aber nicht schade an sich nicht immer auch mir sagt mir nicht das ist das falsche grün wie kriege ich hellgrün weiß ich nicht mit normalen grün und gelb das gehört mario hast du es gehört ja jetzt komme ich erst mal einen scharf wenn ich aus den krieger vorstellt geil diese momente wo mich meinst du einfach wenn man zum beispiel mehr findet und man braucht einen sattel und findet keinen sattel die spenden nicht mehr so krass hoch 136.000 die wenig dass du zu die scharfen hast du 196 gesagt ja 100.000 was spenden hatten wir nicht hatten hatten wir nicht erst 109.000 190 also mario falls das video jetzt in den nächsten paar stunden kommt können wir noch zum spenden aufrufen war bewusst ist ja und so beschöpft bei ihnen länger da da wo es leuchtet ab wo ist jetzt was in die luft wir haben auf der ebene ach hier ich sehe wieder ins ungewässer alter wann wird es wieder tag ich versuche mal den nacht äh tages äh du hast einen krieg am garten stehen mario ja der ist da reingesprungen ich habe keinen bock jetzt den äh zu beseitigen 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 mich über so recht wie der tag nach zirkus ist nicht herr minuten der war erst der antwort kann man eigentlich markierung von der web auch an und ausschalten dann kann ich jetzt nicht so sagen aber bestimmt wenn man ziemlich ganz viele markierung gemacht hat dass das immer ziemlich vollkommen wie bitte ich nicht an schwarze wolle gekommen ich bin schon wieder aber ich komme jetzt haben wir wieder zurück wie viel ist es 57 mal neun du fragst Sachen ich glaube ich muss mal wieder ein Pferd entsorgen warum entsorgen Michi das ist mein viertes oder fünftes Pferd jetzt du darfst die Pferde auch gerne uns abgeben ja echt nachdem du sie gefunden hast und ein paar Sättel ja vielleicht sollte ich noch ein Pferdeführer scheinbar ja ich möchte ich ziehe dir erstmal den Satz hin bis du den Pferdesführer schon gemacht hast oh nein oh Gott was wärs tot das da war laber weißt du ich würde also wenn ich mir ein Pferd hole ich würde mir dann auch irgendwann ein Namensschild holen wenn man ein Pferd hegen und fegen und einen Namen gibt der nennt sich wahrscheinlich so Pferd Nr. 1 Austauschbares Pferd Nr. 2 er zählt wahrscheinlich gar nicht mehr und am Ende am Ende wird da nur so 3 4 5 6 Fragezeichen ja genau einmal hat der Pferd in den Nether gelassen und hast dann in die Lava gesprungen wo findet man kugelfische kann man die angeln ja die Frage ist warum ist es dann in die Lava gesprungen Alter fünf Creeper vor meinem Haus weil ich Angst hatte vor dir meinst du ich habe dir mit dem Freidruck gewählt als irgendwo anders noch zu versauern ich brauche Katzen was brauchst du Katzen damit wir endlich diese Dreckscreeper vom Leib bleiben treibst du auch Katzen? ja im Dschungel nein meinst du jetzt äh ja 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 also also ja also im Dschungel ja also ja ja auch fix und faden 26 zwei fäden links in diagonalen zwei sechs unter dem höchsten also jetzt auch nicht welche deine hühner hast du nicht unter kontrolle kann das sein wir stehen schon wieder nebengehege ich habe eben nur haufenweise abgeschlafen du hast eine schafzucht ohne glas ja warum wächst da die wolle eigentlich nah ich kann der gas geben wenn du willst ja das bringt mich halt nicht die wollen einfach das ist das die meine dass die meine erding teams hat doch silktatsch oder ja deswegen meine ich das ja ja ich habe halt nur erd blöcke keine glas blöcke ne ja aber teams kann der doch ein glas blöcke geben ja dann wenn du mir was geben kann muss er zu mir kommen ja wenn ich nach hause binne ich muss es sich scheiße schwer bringt einfach weg die wollte sterben die um ist immer die wahrscheinlichkeit dass man ein Hasenfoto von einem Kaninchen bekommt mit unbreaking luck of c1 und nur sehr unwahrscheinlich ok da braucht man ja eh nicht den sprungtank hallo wirklich ich klau dir was zu essen ok wenn du nach plant hey ich hab ne haben ja ja ich kanns auch natürlich aaaaaaah vielleicht war hoch genug für mich und was bringt ihr jetzt hier hause wurde dann kann ich mir irgendwann einen sprungtank machen damit wenn ich verspringe dann werde ich mir jetzt immer so sachen bauen wo man einen sprungtank braucht und die so aaaaaaah wie komm ich da hin sprungtank wir können auch bauen nein 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 hier arbeiten wir noch mal ich hab das vergessen nein werfen auswerfen und dann warten bis das kurz noch unbezogen wird und wenn es noch unbezogen wird schnell wieder reinziehen oder genau ab und zu findest du auch bücher 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 beim angeln xp farm scheiße geht unten in der mina wo ist die jasmin ja ich will dich hin oh ich komm auch mit dann treffen wir uns an der brücke bei mir auf der hauptinfo warum funktioniert der scheiß mit hey ich bin hinter dir ach das ist der bahn oder ich hab grad was gesehen ich fühlst du mich da gleich auch hin ja da komm zu mir ja ich bin noch ein wasser moment ich brauche noch hey du warst doch schon mal bei der mine nein ich war schon nicht doch oder nein ich weiß nicht ich bin nur noch 900 meter weg ne 700 meter von der großen bibliothek weil ich fliege ja aber ich krieg nichts das du hast gebaut oder war das schon so ne du hast gebaut der anfang ja danach hab ich so gebaut und angepasst das hast du gebaut und angepasst das hast du gebaut und angepasst meine mine ja vielleicht aber man muss ja auch wissen wo es hingeht ja definitiv du hast ja die besten platz gesucht den es gibt ja ich will mir auch einen besseren zugang noch bauen stefan ich bin hier aber nicht mehr raus so hier unten soll es sein die alle hier kommen die Monster hin hier vorne wo ich jetzt stehe aber auch wenn ich bezüglich abholen ist worden war eben noch nicht wir haben im Vorfeld der Bord der Bord der Bord er ist hier hinter gar nicht aber geht es noch nicht mit dem Tatsch ne kann man nicht abbauen doch ist das dann aus ich bin mir gedacht wenn du da Schilder hinbauen würdest wofür deine Bieder so wie es hingeht wo kann ich den Pornplan halten will der den Dreck später bauen von von meiner Hütte aus Stefan oh ich bin fast da warum funktioniert das nicht mit dem Hellgrün äh hier ein Pufferfisch warum sollte das nicht funktionieren ich habe die Schafe versucht zu paaren ein gelbes und ein grünes und es kommt immer noch ein gelbes oder ein grünes aus ja das funktioniert das auch nicht du musst die Farbe mischen das funktioniert auch nicht kraften gelb und grün zusammen kraften ja kaktusgrün und ganz normales blumengelb ne ja geht nicht dann vielleicht grün und weiß also Bommel ja das kann auch noch übertreiben wie viel ich würde nur wissen wie wie was wie viel damage die gemacht hat wie viel sag ich dir ah ja wie viel man hört sich jetzt auf soll ich dir helfen danke Stefan ja ok nein er hat ne er hat ne er hat ne ja und wie viel wie viel sag es ihm nicht wie viel scholen aber ich hoffe dass wir jetzt auch noch herauf er so TIP der immer danach treten muss er 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 ich 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 mach mal was essen Ja, ich schieße nochmal! Ok, danke für die Geräte! Schieße noch mal ein paar mal bitte daneben! Ey! Nicht auf mich! Wo ich mich bin? Ist im Wasser, ist im Wasser! Da, sag vor dir, sag vor dir, da unter dir! Rechts, 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 da! Hey, chill mal, ich lasse mir daneben! Ey, yo! Ich schieße noch mal, ne? Ich habe dir auch nur zwei mal gelaufen, mate! So, ich bin jetzt schon immer hier drin! Ich bin immer hier unten gefangen! Man! Du hast nicht mal Damage bekommen! Ey, das ist meine Pfeil, die wollte ich einsammeln! Ich kann noch einen Pfeil aufsammeln! Jo, Jo! Ja, ich glaube ja nicht! Jetzt kann ich nichts mehr aufnehmen! So, Michi, zeigst du mir gerade die Farben? Ich kann eh nichts sammeln! So, habt ihr meine Kärz? Ich hab dich mit der Scheiß-Spitz-Hagiger und chill dein Basisalter! Hätt mal auf, wenn du mir einfach an die fucking... Hätt mal auf, wenn du mir einfach an die fucking... Ich hab' ich die ganze Zeit töten, weh, du tösten mich nicht für Würge! Oh, jetzt sind alle kürz. Ich hab' nur noch zwei Herzen, bitte! Hört auf! Hört, einfach auf! Oh! Ich muss mir auch nicht mal tassen! Hört, ihr braucht mich! Ich weiß nicht mehr, ob du schießt! Doch, mit! Ja, nicht schlimm! Ja, nicht schlimm! Ich muss jetzt echt jetzt auch mal jemand russisch anziehen und verzauern! Ja, das ist mein lieber gegen den Vollidioten! Hey, ich mach' nichts, einen Fall von euch, die bin tot! Also... Sobald ich wieder lieber am Leben bleibt! Feierabend hier! Danke für den Fall, den brauch' ich noch! Hauptsache, ich werd' zu hoch! Ja! Ja! Ich treffe gleich! Ja, gleich! Ich seh' dich schon zu mir ziehen! Ja, ich hab' aus Versehen in die Richtung gezählt! Aus Versehen, ja, ja, ja! Warte, den hol' ich mir erst! Kannst du mir jetzt... Könnt ihr mir jetzt bitte die fucking... Einer von euch stirbt jetzt gleich! Ich seh' ich schon, komm! Ja, das ist doch die Lustige dabei! Warum ist der eigentlich die Teste auf? Oh, da ist noch ein Bogen, den ich verzaubern kann, danke! Michi... Michi, sind nicht aus deiner Höhe daraus! Ich komme gleich! Kannst du mich zu ihm führen? Ich muss gleich noch zu ihm! Hä, wieso kann ich keinen seltsamen Trank brauen? Alter! Ich weiß nicht, Alter! Brauchst du da'n Redstone oder so? Nein, oder? Hä? Hast du Blaze Powder? Ja, komm, wir sind's gut! Hast du Blaze Powder mit dem Schlot da oben links? Da oben... Ach, da... Ah, ich seh' da... Das wurde bei meinem Text wirklich einmal erzählt. Näh, dude! Blaze Powder oder Arrows? Lass mal beide auf Omni gehen! Nein! Ok, drei! Nein, nein! Ich mach mal ein Ausbrachstrahl! Ich bin sofort tot, Leute! Okay. Der Eisrüstung hält mir nicht so viel aus. Ja dann komm jetzt rüber zum Niederkrist. Ihr habt Probleme. Ich versuch doch nur ganz normal so eine XP-Farm zu finden und die wollen mich die ganze Zeit umbringen. Für wen bringt die XP-Farm grad was? Ja die bringt was. Ich bin von Level 20 auf Level 24 in der Zeit. Okay das hätt's auch Quads-Farm gehen können. Jaja, aber ich find hier das ganze Quads sein. Ich weiß nicht wie ich rauskomme von dem her. Ja okay. Ich glaub du, also den Zugang musst du echt... Ist Unendlichkeiten Level 30er? Ja. Reicht es schon. Ja dann muss ich bei mir XP-Farm. Man müsste sie vielleicht noch so bauen, dass die Zombies tiefer fallen. Man braucht relativ viele Schläge. Michi, du musst hier echt Schilder hinbauen. Ich hab versucht den Weg zu merken aber das geht einfach nicht. So hier ist die XP-Farm. Kommst du? Danke. Da unten, da unten. Unten die Treppe. So. 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 So schön, wenn du wieder raus willst. Ich geh jetzt nochmal raus. Jo. Ich komm mit. Michi, willst du mal bei mir aus? Schau was ich eigentlich dabei hab. Ja später, warte. Ja jetzt. Ja, das hab ich mir auch noch gedacht. Aha. Weiter links. Dann die erste rechts. Ach, hier links. Ah, okay. Den kann ich mir nicht mehr gefunden. Gott. Ja, was ist denn noch, bitte. Ich will sie nie wieder hin. Wie gesagt, Paul spät dann direkt ins Bett. Ey, das ist aber echt klug von euch, dass ihr dann direkt noch so dann die Trichter und die Schauflin geboren habt. Das ist Stefan alles gemacht, ja. Stefan ist dann ne gute Idee mit dem Trichter. Ich weiß. Boah, ich weiß. Hohohoho. Klar ist auch ne Idee von mir. Hohohoho. Aber leider kann ich mir scheiße. Man könnte es auch einfach noch 20 Blöcke nach unten versetzen. Dann musst du nur noch mit der Hand drauf bauen oder so. Ne, dann spawnen die nicht mehr, weil man zu weit weit weg vom Spawner ist. Man könnte aber so eine Wasserleiter machen. Ach, das ist ja was das Spawner ist. Ja, ja. Passt. Man könnte die mit Wasser hochschwimmen und dann runterfallen lassen. Ja, ja. Das wollte ich auch noch irgendwann machen, hatte ich da aber keine Zweifel dazu. Bin ja noch ein bisschen weckig. Hier, wer are you? Wie bist du jetzt langsam? Ich bin jetzt eigentlich noch gesperrt mit Plünder rum, ey. Mit Ki? Ja. Bist du? Bei mir bei den Pferden, glaub. Dann komm mal mit hier. Danach muss ich zu ihm. Warum? Dann musst du zu ihm. Mach auf. Okay, jetzt sind wir wieder Zombies. Er wollte irgendwas von mir, aber ich weiß nicht was. Äh, für das Gras was. Ah ja. Komm grad rüber. Bist du bei dir zu Hause grad? Ich ja. Ich hier komme. Ich hier komme. Ja, das war mal per Zufall da gefunden. Nee, das war irgendwann was zu Hause. Das selber, genau. Ja, danke. Ey, Michi, du wärst mir doch nicht böse, wenn ich dann irgendwann, äh, mich nach oben bauen würde, oder? Doch wär ich, weil da auch Wasser ist und so. Ich baue später halt ne direkte Treppe dahin. Michi, das musst du sofort machen. Ich hab aber auch gesehen, den Zugang zur Mine mache ich später. Jetzt. Du hast gesehen, auf was für Protest ich dabei gestoßen bin. Also siehst, einbau jetzt den Gang. Ist das eine Pistole? Ja. Die gibt's am Kopf. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, die haben es verboten am Start. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Grenze. Ähm. Schlapp mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. 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 Vielen Dank.